so hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten klopapier rechner stream in diesem kurs mobile apps für androids herzlich willkommen wir setzen heute die arbeit fort die wir letzte woche begonnen haben und bevor wir jetzt direkt ins coding stürzen wie immer erst mal die gelegenheit für sie kurz hallo zu sagen schreiben sie was in den chat rein was anderes können sie gerade gar nicht machen um mit mir zu kommunizieren oder untereinander zu kommunizieren aber wenn sie da sind und jetzt auch lust haben ein bisschen zu programmieren dann einfach mal was in den chat reinhauen erweckt ein paar von ihnen sind schon da ich würde wie angekündigt heute einfach mal mit diesem kleinen klopapier rechner fortfahren wir nehmen uns jetzt einfach die zeit das zu ende zu programmieren und ich habe ihn ja gestern schon ton ist sehr leise besser ist es jetzt besser schlechter gleich mal schauen ob es noch ein bisschen lauter hinkriegen wie schaut es jetzt aus können sie mich jetzt gut hören ich glaube bei denen wo sie jetzt immer noch leise ist vielleicht vor ort mal schauen ob man das beheben kann aber perfekt wir machen weiter wie gesagt mit dem klopapier rechner heute und wie angekündigt würden wir dann nächste woche ich glaube am dienstag ich weiß gar nicht mehr was wir jetzt genau ausgemacht hat oder was ich aufgeschrieben habe noch mal einen zweiten stream machen und da würden wir uns dann um die inhalte kümmern die sie sich seit gestern auch im ilyas kurs anschauen können ich würde ganz kurz mit ihnen noch mal einen blick werfen wollen auf das was wir eigentlich vorhaben das sind die beiden screenshots von unserer kleinen anwendung sie erinnern sich es gibt im wesentlichen zwei sachen die wir machen müssen in der app wir haben diese input activity in der geben wir ein wie viele leute in dem haushalt leben wie viele rollen klopapier wir noch zu hause haben und die intention von unserer app ist es dann in einer zweiten activity den nutzern und nutzerinnen anzuzeigen wie lange diese dieser vorrat tatsächlich noch reicht und wann man vielleicht zu einem kleinen puffer dann tatsächlich beim einkaufen auch wieder neues klopapier kaufen soll was wir schon gemacht haben ist mehr oder weniger diese activity hier abzuschließen wenn sie sich zurückerinnern an was wir uns was wir letzte woche gemacht haben wir haben erstmal dieses layout designt das schaut bei uns wenn wir gleich in den code reinschauen nicht hundertprozentig so aus aber im wesentlichen haben wir auch eine überschrift den kleinen text mit informationen mit einem button sie können natürlich viele viele andere dinge auch damit checken ich habe mich jetzt nur mit der theorie des klopapier verbrauchs ganz normalen beschäftigt das heißt ich kann ihnen da jetzt keinen algorithmus anbieten wie sie da vielleicht den verbrauch tatsächlich messen können aber wir haben überschrift wir haben den text wir haben einen button und wir haben dann diese input elemente mit der seek bar zu einem kleinen regler mit dem die leute rollen und personen im haushalt eingeben können die der wert der dort eingegeben wird wird immer rechts daneben in so einem kleinen textview angezeigt und wir waren am ende soweit dass wir dieses diese activity so zu ende programmiert haben dass wenn wir auf den button geklickt haben wir eigentlich alle daten schon zur hand haben mit denen wir dann in die nächste activity wechseln können und was wir auch implementiert haben ist eine generische initialisierung dieser seek bars wenn sie sich erinnern haben wir eine methode geschrieben mit der wir mit bestimmten parametern beide seek bars so initialisieren können dass dann initialer wert angezeigt wird dass das minimum und das maximum gesetzt wird und was ganz wichtig war dass wir wenn wir die seek bar ändern auch diesen numerischen wert rechts daneben anpassen so dass wir immer sehen in unserem user interface oder unsere nutzer nutzerin ist ja für die noch wesentlich wichtiger welcher wert aktuell gerade ausgewählt ist und wenn wir jetzt in den code reinschauen ich wechsel mal schnell in meine entwicklungsumgebung und ich glaube jetzt hören sie mich wahrscheinlich sogar noch besser vielleicht sogar ein bisschen zu laut glaube ich habe gerade den falschen regler betätigt egal wir sind in unserer in unserer entwicklungsumgebung ich habe auch den stand den wir in der letzten woche implementiert haben rechts mal im emulator schon geladen hier sehen schaut ein bisschen anders aus wir haben vielleicht andere farben gewählt und das user interface nicht so völlig gleich implementiert aber im wesentlichen sind die gleichen elemente da und wir haben wie gesagt diese interaktion schon soweit implementiert dass diese textviews automatisch geändert werden ganz kurz dazu wie wir das gemacht haben wir haben unsere on create methode in der unsere app in der wir in die app einsteigen ich sorge mal dafür dass sie so viel wie möglich sehen wir haben unsere initialisierungs methode für das user interface da referenzieren wir die beiden textviews hier rechts in denen wir später die aktuellen werte anzeigen der button wird referenziert da wird ein click listener gesetzt der in einer methode mündet in der wir schon mal die werte die aktuell ausgewählt sind auslesen und wir haben uns diese to do's aufgeschrieben was wir heute tun wollen wir wollen die sachen in den intent hineinpacken und die nächste activity starten der fahrt ist dann abgeschlossen und was wir auch noch machen in dieser initialisierungs methode ist diese in den jetzt siegbar methode zweimal aufzurufen wir übergeben eine id welche siegbar soll initialisiert werden minimum maximum und standard wert und einen listener der auf änderung dieser siegbar lauscht das ist in unserem fall die activity selber das heißt wir haben so eine globale abhandlung der events keine einzelnen listener die neu als anonyme klasse aus einer anonymen klasse instanziert werden für die einzelnen siegbar sondern unsere activity selber mit dem aktuellen stand der app zum downloaden lassen sie mich ganz kurz das zu ende durchgehen und dann schauen wir mal ob wir das ganz schnell ad hoc hinbekommen ihnen das zu geben also ganz kurz nur noch mal zur vollständigkeit halber wir haben diese siegbar methode zum initialisieren mit den parametern die wir oben übergeben dann setzen wir den listener im listener wird später dieses verhalten hier ausgeführt innerhalb unserer activity und da können wir dann zwischen den beiden siegbar die verändert worden sind unterscheiden anhand der id wir halten mal im hinterkopf das android studio und sagt dass das keine so ganz tolle idee ist weil diese werte nicht final sind kann uns jetzt moment aber erst mal egal sein und in abhängigkeit davon welches siegbar betätigt worden ist ändern wir dann deren text view oder den inhalt deren text views auf den aktuellen wert das ist so der ablauf jetzt schauen wir mal ganz kurz ob wir schnell hinbekommen ihnen das hin ich glaube der stand ist nicht auf github da haben sie nur den den fertigen stand ich schaue mal ganz kurz ob ich das schnell hinbekomme also wenn wir uns die fünf minuten und ich richte das mal schnell ein damit sie da zugriff drauf haben glaube das müsste ganz schnell gehen ich kann ihn ja in der zeit ein bisschen was dazu erzählen was ich gerade mache kleine frage weil es vielleicht auch für den weiteren kurs ganz interessant sein könnte wer von ihnen hat eigentlich schon erfahrungen mit geht oder mit github ganz kurz mal in den chat reinschreiben wer von ihnen in diese richtung schon mal sowas gemacht hat wer schon mal geht benutzt hat nicht so viele erfahrungen werden da im lauf des semesters noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen und dann sie auch so weit vorbereiten dass sie später in den abschluss projekten und dann ganz konkret auch mit geht und mit github gemeinsam arbeiten können so wir haben ein github repository erstellt ich sage ihnen ganz kurz kann ihnen auch eigentlich zeigen was ich mache kann das ja vielleicht einfach mal nutzen als möglichkeit geht es ein versionsverwaltungs tool und was ich jetzt mache ist ich nehme diesen ordner auf meinem rechner indem ich mein projekt hier mit ihnen implementiert habe und ich habe da drin ein github repository oder ein git repository erst mal erstellt das heißt mein computer verwaltet jetzt dieses projekt mit dem versionsverwaltungs tool und immer wenn ich irgendwelche änderungen an meinem code hinzugefügt habe kann ich die zu diesem repository oder in diese versionsverwaltung aufnehmen kann dann sagen was ich ganz konkret gemacht habe indem ich da ein eine message reinschreibe also einfach diesen schritt in meiner software entwicklung in meinem software entwicklungsprozess benenne und da sage ich jetzt einfach mal state after stream das ist keine gute commit message das ist jetzt hat nichts damit zu tun was in dem code gerade passiert ist und dann ist er was was den prozess beschreibt sollte man nicht unbedingt machen aber in unserem fall machen wir das jetzt einfach mal also ich halte für sie jetzt damit sie später also ich das herunterladen können fest das ist mein stand von meinem projekt hier auf meinem rechner und hier setze ich einen cut in der entwicklungsgeschichte ich sage ich habe hier alles was ich letzte woche gemacht habe und jetzt geht ein neuer schritt weiter oder setzt ein neuer schritt an mit dem wir das ganze vervollständigen möchten das ist das was lokal passiert also ich ändere code füge den zu geht hinzu und benenne dann was ich getan habe so dass ich mir dann später anschauen kann in so einem blog da steht jetzt nichts drin außer ein eintrag in welchen schritten diese software sich fort entwickelt hat doch mal der hinweis wir gehen da ganz in ruhe im kurs noch darauf ein das war jetzt wirklich nur so der damit ich irgendwas erzähle während ich das eintippe was ich jetzt mache ist sage dass es auf github gilt remote etwas ein weiteres repository gibt da füge ich eine moment das raus kopieren hier habe ich das gerade eben im und schon angelegt versuchen wir es noch mal hinein zu pasten was mache ich denn da falsch warum geht es hier nicht copy and paste scheint nicht zu funktionieren also irgendwas scheint hier gerade bei meinem computer mit copy and paste nicht zu funktionieren sonst würde das nämlich hier wunderbar dazu führen dass ich jetzt ein auch nicht müssen wir das jetzt wirklich abtippen ok schauen ob wir das hinkriegen das abzutippen geht ab und dort kommen wir machen das mit unserem benutzer und wir schreiben das rein in b das terminal in android studio oder intellij ist zwar an vielen stellen eine gute erleichterung aber an dieser stelle fällt das glaube ich aber ich glaube wenn sie jetzt auch noch mal ganz kurz mir helfen schauen sie sich das hier mal an diese url die müssen wir eins zu eins im terminal eingeben der klopapierrechner und ich glaube das haben wir halbwegs hinbekommen oder sagen sie mir mal schnell ob ich irgendwo fehler habe sonst wird es nämlich haarig danach aber ich glaube das ist gut und jetzt pushen wir das ganze nach gitarrechner wahrscheinlich jetzt hoffe ich mal dass sie nicht am tipp geräusch mein passwort identifizieren können wir programmieren in java und jetzt haben wir das ganze auf github den aktuellen stand ich kopiere ihnen den download link rein und nach nur zehn minuten haben sie jetzt auch zugriff auf den aktuellen stand hier bei mir also normalerweise für die leute die jetzt zufällig hier reingeschlittert sind das ist normalerweise ein bisschen besser vorbereitet das hier ist so eine kleine extra sitzung weil wir in der letzten wochen nicht fertig geworden sind und deshalb brauchen wir hier oder brauchten wir hier vielleicht ein kleines bisschen nacharbeit damit sie wenn sie mitmachen wollen den gleichen stand hier auch haben wir hier auch in der letzten woche haben aber ich glaube das war vielleicht so ein ganz kleiner vorgeschmack der sicherlich dann wenn wir später im lauf des semesters uns noch ein bisschen mehr mit geht und auch mit github beschäftigen vielleicht ein paar erinnerungen dann wecken wird okay aber zurück zu dem was wir eigentlich machen wollen wir wollen eigentlich programmieren und ich habe ihnen gerade gezeigt was wir in der letzten woche schon hinbekommen haben nämlich diese activity und die initialisierung von dieser activity und wir sind soweit dass wir an dieser stelle wenn der button geklickt wird die werte die hier in den beiden text drinstehen auslesen können und eigentlich können wir jetzt in die nächste activity wechseln wir können mal ein bisschen reinzukommen schauen ob das auch wirklich die werte sind die wir in den text die es gerade drin haben also wir holen uns aus diesen in der create on create methode initialisierten text us sind als instanz variablen gespeichert die inhalte passen die zu integer werden und speichern die erstmal mit der idee dass die in den intent gepackt werden und die nächste activity gestartet wird wenn ich jetzt bevor ich die activity starte die nächste mal kurz überprüfen möchte also nicht die bagging aber zumindest ein bisschen ein blicke in meinen code erhalten möchte und an dieser stelle möglichst leicht diese werte während ich die app ausführe mir irgendwo anzeigen lassen möchte erinnern sie sich welchen mechanismus wieder verwenden also wenn wir normales java programm schreiben würden würde ich jetzt so was machen system out print line und mir vielleicht so ein debugging string erzeugen erzeugen klickt ist gleich und dann vielleicht wenn ich es ganz schön machen möchte noch was dahinter hängen das funktioniert in android nicht so wirklich wenn ich dann das ganze auf einem emulator oder auf einem auf dem richtigen gerät ausführe deshalb nehmen wir eine andere sache genau ich dachte eigentlich dass ich den nightboard richtig eingestellt habe dass der sie jetzt nicht mehr irgendwie so verwandt ich glaube es müsste aber der ganze code drin sein den sie brauchen um mitzumachen also würde ich vielleicht einfach ignorieren solche fehlermeldungen aber wir wollen uns anschauen was wir drin haben und log d ist genau der richtige befehl damit können wir damit können wir inhalte auf dieser internen android konsole ausgeben und dann in android studio verfolgen was für ausgaben während unsere app ausgeführt wird dann tatsächlich passieren ich kann ihnen jetzt glaube ich nicht so spontan bei dem problem helfen was sie gerade im chat beschreiben was einzige ok haben schon gelöst ansonsten würde ich nämlich sagen einfach die zip datei irgendwo entpacken den punkt get ordner rauslöschen und dann in android studio öffnen aber scheint jetzt zu funktionieren lassen sie uns mal so ein log string hier rein wird gerade schon im chat gesagt wie der funktioniert und vielleicht kann tatsächlich jemand aus dem chat oben nochmal den link posten wenn sie da zugriff darauf haben log d als die bei gegen methode funktioniert so dass wir an der ersten stelle ein tag eingeben der dient vor allem dazu dass wir dann später aus dem großen aus der großen menge an log ausgaben die wir in android einsehen können dann die rausfischen die für unsere app relevant ist also dieser erste parameter ist ein label quasi für ihre log ausgabe und da kommt dann ein string rein und wir geben uns lassen uns mal ausgeben und vielleicht die werte die aktuell in diesen beiden variablen gespeichert sind number of roles und da steht drin number of roles und wir hängen am ende noch damit die ausgabe schön ist was dran ich lasse das jetzt mal bei diesem einen parameter weil ich bin mir eigentlich relativ sicher dass da das richtige drin steht und möchte ihnen einfach nur kurz noch mal zeigen wie das mit diesem debugging in android funktioniert oder zumindest diese ganz einfache form mit dem print lining also wir haben log befehl tag damit wir später unseren log string den wir hier eingeben auch aus dem reste der sachen rausfischen können und dann starten wir mal unsere app neu auch mal ignorieren und dann bevor ich jetzt auf den button klicke der dann hoffentlich diese log ausgabe erzeugt schaue ich mir kurz an wo das ganze landen soll soll nämlich hier in diesem log cat ergebnis sind drin sein da steht jetzt im moment nichts drin und wenn ich jetzt auf den button klicke steht auch nichts drin interessant vermute mal dass mein android studio gerade die verbindung zu meinem emulator verloren hat schauen wir mal was passiert wenn ich das nochmal neu starte das ist ungünstig die app noch ausprobieren ob wir es hinbekommen das ist mein emulator doch nicht okay doch nicht okay ich schaue ganz kurz ob ich irgendetwas möglicherweise mal eingestellt habe was uns hier ein strich durch die rechnung macht aber ich befürchte das ist jetzt nicht so ich würde mal vorschlagen wir leben einfach mal damit dass zumindest der emulator hier noch das richtige ergebnis anzeigt und hoffen einfach mal dass wir trotzdem weiter arbeiten können zur not starten wir später einfach noch mal android studio komplett neu und dann funktioniert das zumindest ich würde jetzt gerne schnell eine sache am anfang machen und zwar würde ich das hier wenn sie sich erinnern diese magic numbers mit denen wir die werte für diese sieg bars initialisiert haben das würde ich gerne irgendwie so ein bisschen raus refactoren bevor ich mich mit der nächsten activity beschäftige hier stehen so werte drin minimal und maximal werte für diese sieg bar also wie viele rollen müssen da mindestens drin stehen wie viele dürfen maximal drin stehen damit es irgendwie halbwegs sinnvoll ist welche standard werte werden ausgewählt und im moment fügen wir die hier einfach als feste werte ein wir hatten letzte woche schon darüber gesprochen dass das so magic numbers möglicherweise sind also plötzlich auftauchende numerische werte im code die man nicht so wirklich zuordnen kann wir haben einen kleinen vorteil in android studio dass uns hier die parameter der methode hinzugefügt werden also eine kleine annotation das heißt man kann das ein bisschen vielleicht lesen tatsächlich was damit gemeint ist aber trotzdem diese werte hier die da drinstehen die werden nicht eindeutig beschrieben hat jemand vorschlag von ihnen wo wir die in unserem quellcode hinpacken könnten in form von konstanten dass wir vielleicht hier mit eben konstanten namen arbeiten können die da ein bisschen ja verständlicher sind anstatt dieser direkten werte also ich würde jetzt hier gerne sowas haben wie min value für was ist das hier rolls oder so oder min value for person die frage wo packe ich das hin also wo speichere ich diese werte in konstanten jemanden vorschlag von ihnen config ja gerne vielleicht noch ein zwei wörter mehr ich kurz einordnen kann was sie damit meinen ich glaube es ist das was ich auch gerne machen würde strings xml ok wir haben ja immer gesagt diese ressourcen dateien sind super für ressourcen und man nicht nur strings kann man da drin speichern ich würde immer so ein bisschen versuchen zu unterscheiden zwischen dingen die wirklich was für den inhalt der anwendung machen oder die was für das user interface machen also da die ganzen strings drin speichern dann dinge die vielleicht für die interne verarbeitung wichtig sind und ich würde das machen was jetzt vorgeschlagen worden ist ich würde vielleicht so eine kleine konfig klasse mal schnell entwerfen da müssen wir uns auch nicht lange aufhalten ich erstelle machen wir das in einem neuen package wir machen das in einem neuen package wir erstellen uns ein neues package dass wir konfig nennen auf der ebene von unserem programm und in dem erstellen wir vielleicht eine neue klasse die nennen wir konfig sind jetzt ganz unkreativ und die fügen wir noch nicht automatisch zum git repository hinzu und würden jetzt als allererstes mal ein abstract davor schreiben denn diese klasse die soll einfach nur dazu dienen dass wir eine liste von konstanten bereitstellen mit denen dann andere stellen unseres programms arbeiten können die leute die im winter den op kurs bei uns gemacht haben die kennen das prinzip glaube ich schon so ein bisschen haben wir ein paar mal dort auch verwendet wissen sie noch was dieses abstract heißt in java beziehungsweise was das an dieser konkreten stelle hier heißt erinnert sich da jemand immer noch kurz zeit das ist auf jeden fall irgendwie so ein schlüsselwort in java und das macht irgendwas mit dieser klasse schränkt die möglichkeiten ein wie wir diese klasse benutzen können genau und die kann nicht instanziert werden also diese klasse hier die könnte theoretisch als grundlage für eine spezialisierte form sein also die könnte elternklasse für eine kind klasse sein aber die kann nicht selber instanziert werden also sowas geht nicht und das machen wir deshalb weil das wirklich nur so eine speicher klasse für irgendwelche werte ist und wir wollen gar nicht dass es ein objekt vom typen konfig gibt das ist einfach eine klasse auf die wir dann später über einen statischen kontext zugreifen und die konstanten auslesen und die soll nicht im sinne der objektorientierung zu einer instanz werden zumindest nicht sondern konkreten könnten es gibt noch was anderes wir könnten sowas machen das wird dann dazu führen dass diese klasse nicht verändert werden kann aber sie könnte instanziert werden und da beides zusammen nicht funktioniert also abstract final geht in java nicht entscheiden wir uns für dieses abstract schlüsselwort weil das am ehesten ausdrückt was wir mit dieser klasse vorhaben wollen nämlich einfach nur eine liste haben an bestimmten werten zum beispiel sowas wie eine ein int wert für die mindest anzahl der rollen im haushalt vielleicht machen wir das so min role value und das ist dann vielleicht null also weniger als null rollen kann man ja eigentlich nicht haben zu hause und wir machen eine zweite variabel mit dem gleichen max row value überlegen sie sich irgendwas was sie da in ihrem kalkulator am ende verwenden möchten keine ahnung 24 oder so wenn man den emulator in initiality anzeigen lassen kann und nicht in einem extra trap das ist eine settings einstellung wenn sie in den einstellungen in android studio hier unter tools emulator angeben da können sie hier launch in eine tool window nehmen würde ich ihnen an ihrer stelle aber nicht raten ich mache das vor allem deshalb weil ich dann im vollbild ihnen das ja alles zeigen kann und das für den stream ganz angenehm ist aber ich habe ziemlich viele probleme damit auch bemerkt ich würde jetzt nicht ausschließen dass auch dieses locket zeugs indirekt irgendwie damit zusammenhängt also wenn es bei ihnen wunderbar funktioniert gerne aber ich habe da selber ein paar probleme mit gemerkt aber da finden sie die einstellung so genau es ist kein plugin mehr das ist seit einer zeit in android studio eine fest eingebaute funktion wenn wir irgendwie werte in einem in einer range definieren jetzt schon zwischen min und max dann bietet es sich an an der stelle vielleicht auch so ein default wert zu ähm definieren die mit dem am anfang dieses siegbar initialisiert werden kann und daraus wird dann ein default role value und es ist dann vielleicht sowas wie sechs oder so keine ahnung können sie ja selber gerade wenn sie eine konfigurationsklasse jetzt erstellen dann nach belieben ändern dann nehmen wir das jetzt noch kopieren das und machen das gleiche für die anzahl der person im haushalt also weniger als eine person macht wenig sinn auch hier wieder wie viele keine ahnung geben sie irgendwas ein und da hatten wir uns schon letzte woche darüber unterhalten dass ich jetzt nicht irgendwie weiß wie viele leute standardmäßig in einem haushalt sind ich gebe da jetzt einfach mal drei ein und das ist keine wertung an dieser stelle so jetzt wird das auch formatiert richtig und was ich an der stelle auch gleich ergänze ist die keys mit denen ich diese werte die ich hier auslese später im intent speichern werde weil wenn wir schon so eine konfigurationsklasse haben dann können wir die auch benutzen um diese keys diese strings zu speichern mit denen wir die informationen gleich in den intent reinpacken um die dann an der anderen seite auszulesen ich glaube klopapier braucht jeder so wir erstellen noch eine string ähm eine string variabel die nennen wir roll key for intent und da speichern wir irgendwas rein irgendwas möglichst eindeutiges ähm und brauchen das gleiche nochmal weil wir haben ja zwei sachen die wir in den intent hineinpacken wollen auch nochmal für die people also nochmal was da jetzt genau drin steht ist relativ egal das sind die identifikationsmechanismen die wir gleich in dem intent benutzen und ähm auch was hier drin steht ist relativ egal das sollten halt irgendwelche sinnvollen werte sein der vorteil von dieser konfigurationsklasse ist dass wir jetzt an der stelle wo wir unsere seekbars initialisieren diese ähm diese magic numbers ersetzen können durch einen zugriff auf die konfigurationsdatei hm ich glaube wir müssen gleich nochmal kurz drüber reden ob das ähm so eine gute Idee war die so zu nennen aber machen wir erstmal das hier ähm wir sagen dass wir den min-wert für die rollen haben wollen wir sagen dass wir den max-wert für die rollen haben wollen und wir sagen dass wir den default-wert für die anzahl der rollen haben wollen also wir greifen jetzt einfach auf die werte zu die wir gerade in die konfigurationsdatei reingeschrieben haben und machen das gleiche hier auch nochmal diesmal aber für die anzahl der personen konfig max people value und dann noch der default wo haben wir star default people value also ich passe nicht auf aber sie haben auch nicht aufgepasst sonst hätten sie mir das bestimmt in den chat reingeschrieben ähm auch hier hier haben wir den default-wert den wir an der stelle eintragen und wenn wir jetzt unsere app instanzieren nicht instanzieren sondern starten dann wird sich nicht so viel ändern außer dass hier vielleicht ein bisschen andere werte auftauchen weil wir die in der konfigurationsdatei ähm angepasst haben gegenüber den magic numbers die hier waren aber am ende ist funktional in unserer anwendung nichts anders als es vorher war was ist der vorteil von so einer konfigurationsklasse also was ist der vorteil hier gegenüber ähm vielleicht diesen magic numbers oder nennen sie mal zwei vorteile die wir jetzt offensichtlich durch diesen refactoring schritt in unserem quellcode erzeugt haben fällt ihnen da irgendwas ein ja wiederverwendbarkeit ähm also ich würde auf jeden fall das unterschreiben eine stelle zum anpassen der daten also hier so single point of truth wenn ich jetzt hier irgendwas ändern möchte weiß ich hier ändere ich das ganze ähm also sind leichter zu ähm zu verändern wiederverwendbarkeit ähm ja könnte vielleicht auch sein wobei man die frage stellt inwieweit das jetzt hier diese konfigurationsklasse an sich in einer anderen app ähm genauso wiederverwendet werden kann ähm was ich vielleicht noch und vielleicht ist das jetzt nur mein persönlicher eindruck ähm sagen würde ist dass es übersichtlicher tatsächlich ist readability äh von außen sofort ersichtlich was die zahlen darstellen genau das ähm wäre äh neben irgendwie dieser zentralen verwaltung und diesem schnellen anpassen von den werten sicherlich auch noch so ein vorteil ich kann jetzt hier auch wenn sie es jetzt äh dadurch nicht mehr ganz auf äh auf dem bildschirm sehen weil es ein bisschen groß geworden ist wenn ich diesen code lese relativ leicht sehen mit was für werten offensichtlich diese methode hier gestartet wird also lesbarkeit in dem moment wo sie eine magic number durch eine konstante ersetzen äh die einen namen hat oder auch nur eine variabel äh haben sie diese möglichkeit kreativ durch die namensnennung ähm dafür zu sorgen dass der code an dieser stelle dann bei diesen methodenaufruf wieder ein stückchen lesbarer ist also das als kleiner exkurs jetzt haben wir diese äh wunderbaren initialisierungs ähm werte wir haben ähm schon implementiert dass das ganze hier aktualisiert wird und wir haben hier unten hoffentlich äh eine methode die aufgerufen wird wenn ähm dieser button geklickt wird und jetzt ich kann ja mal ganz kurz schauen da vielleicht irgendwie das probleme wird aufgerufen die methode ganz sicher ähm jetzt wollen wir in die nächste activity wechseln um mit diesen eingabewerten ein ergebnis zu berechnen und das ähm auszugeben also kurz zur erinnerung jetzt geht's um diese activity dazu erstellen wir uns zuerst mal neue activity die wir dann überhaupt ähm in dem intent ansteuern können und wenn wir das gemacht haben wenn wir diese zweite activity erstellt haben dann können wir ähm von der einen in die andere wechseln und ähm uns an der anderen seite dann die werte die wir hoffentlich mit diesem intent mit übergeben haben auslesen und mit dem nächsten schritt unserer anwendung weitermachen gibt es unterschiedliche möglichkeiten wie wir ähm so eine neue activity erstellen können und das einfachste oder die form in der wir alles machen müssen das ist dann nicht die einfachste wäre dass ich jetzt hier in der ähm in meinem package eine neue java klasse erstelle da gebe ich einen namen dann lasse ich die von irgendeiner activity erben dann muss ich daran denken dass ich das ganze ins manifest eintrage weil nur eine activity die im manifest der app eingetragen ist auch äh sicherheitsziel eines intents verwendet werden kann sonst haben sie sicherlich auch schon ab und zu bemerkt stürzt die app ab und dann müssen wir auch noch eine layout datei erstellen die wir dieser activity geben können und ähm dort dann einstellen wie die ausschauen soll und wir können uns da ganz viel von an arbeit abnehmen lassen denn wir nutzen ja hier android studio und android studio ist eine entwicklungsumgebung die speziell dafür gedacht ist dass wir android apps entwickeln daher der name und dementsprechend auch komfortfunktionen dafür anbietet wenn ich jetzt hier in dieses package reinklicke und eine neue activity erstelle zum beispiel eine empty activity das ist die subklasse von activity die ähm wenn ich es richtig in erinnerung habe auch für die erste activity verwendet wird kann ich hier ähm nicht nur einen namen vergeben für meine neue activity ich nenne die mal output activity oder result activity vielleicht result activity man sieht noch die screenshots uiuiui also heute ist nichts gut ähm okay jetzt sehen sie wieder mein android studio ähm was ich ihnen gerade gesagt habe sie aber nicht gesehen haben ist dass ich über dieses kontextmenü theoretisch eine neue klasse erstellen könnte der könnte ich ähm explizit im quellcode über das extens schlüsselwort eine activity als oberklasse geben ich könnte dann diese activity in äh dem manifest eintragen könnte neue layout datei erstellen das alles manuell machen müssen wir aber gar nicht weil wir können nämlich auch sagen ich erstelle gleich eine neue activity empty activity gibt er einen namen result activity und jetzt sind wir wieder da wo wir wo ich gerade alleine war und sie nichts gesehen haben und kann auch gleich eine layout file dazu erstellen ähm kann das ganze an einem bestimmten package oder sowas einsortieren kann also diese ganzen arbeitsschritte die notwendig sind dass ich eine activity nicht nur anlege sondern die auch so in meine app integriere dass ich die sofort verwenden kann ähm durch android studio erledigen lassen das heißt wenn ich jetzt hier einen namen eingebe mit dem namen für das layout zufrieden bin und der rest auch passt klicke ich auf finish und ähm das kommt bei ihnen vielleicht nicht wenn sie ähm nicht äh das ganze auch als git repository angewählt haben und ähm es wird dann automatisch dieser quellcode für eine neue activity erzeugt und es wird auch automatisch hat ein bisschen gedauert ähm eine ein neues äh xml file für das layout für diese neue activity erzeugt und die das layout wird in der neuen activity auch gleich gesetzt und alles äh wunderbar für uns die activity wird auch im manifest eingetragen sodass wir uns darüber keine gedanken machen müssen und die jetzt eigentlich direkt schon verwenden könnten lassen sie uns das mal machen wir haben jetzt diese neue activity ähm und können in unserer start activity in unserer main activity in an der stelle wo wir diese werte jetzt durch den klick auf den button ausgelesen haben äh damit beginnen diese to do's abzuhacken ich kann jetzt ein intent erstellen mit dem ich von der aktuellen activity das ist äh dann zum beispiel ähm input activity oder main activity heißt es bei uns sys können sie können auch einfach nur sys schreiben das müsste auch funktionieren zu einer anderen activity wechsle und zwar zu der activity die ich gerade angelegt habe den intent muss ich noch importieren damit ähm android studio weiß um was für eine klasse es sich handelt und habe hier schon mal den fad innerhalb meiner activity jetzt angelegt von hier das ist eine aktive activity soll es hier hingehen hier übergebe ich die klasse weil diese activity existiert ja möglicherweise noch gar nicht und die wird dann instanziiert auf diesen stack drauf gepackt und dann sehen wir anstatt der aktuellen activity die nächste activity bevor ich die jetzt bevor ich diesen intent also diesen wechsel in ähm die nächste activity aufrufe das würde ich machen mit der ähm ähm mit der start activity methode start activity und der übergabe von diesem intent möchte ich jetzt dafür sorgen dass wenn die nächste activity gestartet wird ich informationen aus dieser activity nämlich diese beiden ausgelesenen werte dann in dem nächsten bildschirm meiner app auch verwenden kann und anstatt jetzt einfach nur diesen intent abzuschicken und zu sagen wechsel bitte in die activity packe ich da noch weitere informationen rein und das ist jetzt stellen sie sich einfach so vor wirklich wie ein paket was sie schnüren sie packen dort einen wert rein ähm beschriften den vielleicht damit er an der anderen stelle wieder ausgelesen werden kann und alles das was sie jetzt in diesen intent hinein packen können sie in der activity die durch den intent gestartet wird dann wieder auslesen und das machen wir jetzt mal schnell das haben sie auch in der übung schon ein paar mal gemacht wir fügen solche extras hinzu und wir haben ja gerade in der konfigurations datei schon diese beiden konstanten angelegt mit einer finalen string variabel die wir jetzt verwenden können um die konkreten werte und das ist in unserem fall number of roles in diesen intent rein zu packen also das ist key value prinzip das hier ist der schlüssel mit dem wir diesen konkreten wert in den intent hinein packen und wenn wir dann die activity starten können wir an der anderen seite genau diese werte wieder rauslesen das ist jetzt das prinzip und das mache ich für den zweiten wert genauso nur dass ich da natürlich was anderes als key benutze und in unserem fall haben wir auch hierfür in der konfigurations datei schon was vorbereitet und packen beide sachen in den intent hinein und jetzt können wir an der anderen seite als können wir erstmal schauen ob das ganze tatsächlich funktioniert und wenn das funktioniert können wir uns an der anderen seite an der zweiten activity diese werte auslesen und dann mit denen weiter arbeiten probieren wir aber erstmal aus ob das überhaupt funktioniert kann ja immer noch sein dass unser button vielleicht nicht funktioniert aber das scheint erstmal zu funktionieren ich habe leider immer noch keine möglichkeit irgendwie auf das den debugging prozess hier auf den locket prozess zuzugreifen das ist ein bisschen blöd aber wir müssen jetzt einfach mal so ein bisschen blind programmieren ich hoffe bei ihnen funktioniert das und zur not können sie ja auch ein bisschen den code dann vor ort die wagen wenn es probleme gibt aber haben sie hier gesehen genau nochmal zurückgehen dieser wechsel in die nächste activity der funktioniert so jetzt sind wir in der nächsten activity und jetzt müssen wir diese werte irgendwie wieder auslesen können und das machen wir indem wir in der zweiten activity auf diesen intent mit dem die activity gestartet worden ist zugreifen wir können uns nämlich wenn wir da mal reinschauen in die activity über die get intent methode den intent zurückgeben lassen mit dem die activity in der wir gerade sind gestartet worden ist und in dieser in dieser in dieser in diesem intent finden wir über die methode get extras das objekt oder diese sammlung an key value pairs die wir an der anderen seite in diesen intent hinein geschrieben haben das ist wenn sie sich mal anschauen was android studio ihnen dazu sagt eine methode die ein bundel zurückgibt und bundel ist so ein container format des android frameworks was einfach diese key value pairs bündelt was ist letztendlich wieder so ein art paket das habe ich ja gerade eben auf der anderen seite auch schon so beschrieben und und in diesem bundle was wir über die extras methode get extras methode dann erzeugen beziehungsweise referenzieren können das existiert ja schon automatisch können wir jetzt diese werte die wir auf der anderen seite eingegeben haben wieder raus fischen wenn ich zum beispiel die anzahl der rollen die die person die diese app nutzt noch hat auch raus fischen möchte hole ich mir einen integer wert get int weiß ja was ich an der anderen seite eingespeichert habe und jetzt nutze ich den gleichen key den ich an der anderen seite zum eingeben zum speichern verwendet habe hier zum auslesen und wir wollen vielleicht die anzahl der rollen haben das machen wir gerade wir übertragen gerade werte über mehrere activities also ich zeige sie gleich noch mal ganz kurz dann wird es deutlicher das was jetzt hier in dieser variabel steht in der neuen activity ist das was wir beim aufruf oder vor dem aufruf des intents mit dem wir in die nächste activity gewechselt haben in dem extras rein gespeichert haben also unser flow ist hier wird der slider verändert dieser wert wird angepasst in dem moment wo ich auf diesen knopf drücke wird dieser wert ausgelesen in den intent hinein gepackt mit einem key versehen und wenn dann die activity die mit diesem intent aufgerufen wird sichtbar wird landen wir in der on create methode das wissen wir schon das ist der einstieg in unsere activity und hier können wir dann aus dem intent die werte wenn wir den gleichen key verwenden der zum einspeichern benutzt worden ist und dann auch wieder auslesen das heißt wir haben jetzt hier wir bauen das gleich dann auch in schön um die die beiden werte die in der anderen activity eingegeben worden sind in der zweiten activity zur verfügung und mit denen können wir jetzt rechnen wir können jetzt mit diesen beiden werten uns überlegen was heißt das jetzt wenn diese person diese sachen eingegeben hat also eine bestimmte anzahl an rollen und eine bestimmte anzahl an personen für die empfehlung die unsere app jetzt geben muss und das was wir da jetzt rausrechnen wie viele tage reicht dieser vorrat noch wann sollte man einkaufen gehen können wir dann als ausgabe in dieser zweiten activity eben entsprechend anzeigen aber das wichtige ist jetzt erstmal dass wir hier diesen zusammenhang zwischen diesen beiden activities sehen und erkennen wie wir werte zwischen denen austauschen können ist das irgendwie halbwegs klar sagen sie gerne in den chat rein ob das ob sie jetzt wissen dass wir in der zweiten activity sind und auf diese werte die wir an der anderen stelle reingepackt haben in das paket jetzt hier zugreifen können ok jetzt müssen wir ein bisschen rechnen wir müssen uns jetzt überlegen was heißt das denn wenn ich irgendwie sagen wir mal zwölf rollen habe an klopapier und zwei personen und die brauchen dieses klopapier ein paar mal am tag wie lange reicht dann mein vorrat am ende noch das heißt was wir jetzt machen ist mal völlig losgelöst von dieser domäne klopapier eine aufgabe mit bestimmten input werten bestimmte ausgabewerte zu berechnen das ist ein bisschen komplexer also das ist jetzt nicht sowas wie number of rolls mal number of people und dann haben wir ein Ergebnis also ein bisschen was müssen wir auch bei dieser simplen berechnung machen und meine frage ist jetzt wo tun wir das also stellen sie sich jetzt mal vor wir nehmen jetzt diese beiden input werte wir brauchen ein bisschen wissen wahrscheinlich auch wie viele blätter sind auf so einer klopapier rolle wie viele blätter braucht man vielleicht wie häufig geht man so aus klo und was heißt es dann für eine bestimmte anzahl an personen für die anzahl der tage wie lange dieser vorrat noch reicht das heißt es ist eine halbwegs komplexe berechnung die mit zwei input werten im set an bekanntem wissen einen konkreten ausgabewert generiert wie soll ich das jetzt im software design umsetzen also sie können jetzt irgendwie bestimmen oder zumindest einen vorschlag machen wo ich diese berechnung durchführe mache ich das hier in der on create methode mache ich das in der methode mache ich das vielleicht noch irgendwo anders stats helper ist ein vorschlag also klingt so ein bisschen zumindest jetzt bei zwei leuten schon mal dass sie so eine klasse bevorzugen würden jetzt kommt der vorschlag methode ich würde auch eine klasse gerne schreiben in der ich diese input werte reingebe also stats helper ist glaube ich einfach ein vorschlag für einen namen für eine für eine neue klasse in der diese berechnung durchgeführt wird wenn ich das jetzt richtig interpretiere und ich würde auch sowas machen und vielleicht können sie ja noch mal in den in den chat reinschreiben was denn so gründe wären das in der klasse auszulagern ich kann ja in der in der zeit schon mal eine neue klasse erstellen weil ich greife jetzt einfach mal vorweg ich glaube sie liefern jetzt gleich noch gute gründe hinzu und ich würde mich dem auch anschließen ich erstelle mal eine neue klasse und ich nenne die luro calculator also irgendwie so ein bisschen was in diese richtung luro ich weiß gar nicht ob man das zusammenschreibt im englischen ist auch völlig egal das ist unsere neue klasse und die idee ist dass wir uns genau überlegen was für funktionalität steckt in unserem software programm was für komponenten hat unsere software und welche funktionen werden von welchen komponenten übernommen und diese activity diese result activity die hat schon eine ganze menge aufgaben die stellt nämlich das ergebnis unserer eingabe dar die wird gestartet kommt die eingabe parameter der nutzer nutzerin übergeben und soll dann das ergebnis anzeigen und diese berechnung des ergebnisses noch nicht die anzeige von dem ergebnis sondern die berechnung von dem ergebnis also wirklich das die rückgabe von einem numerischen wert so und so viele tage reicht das oder von einem text das ist meine empfehlung wann du nächstes mal einkaufen gehen sollst oder klopapier kaufen sollst das hat erstmal nichts mit dem user interface zu tun das ist eine abgetrennte aufgabe innerhalb unserer anwendung geschäftslogik wird jetzt schon in den chat reingepostet business logik ist irgendwie so der glaube ich zumindest englische oder englische fachbegriff dann quasi für für diesen teilbereich von unserer anwendung also das was wirklich inhaltlich passiert und das sollte man immer versuchen so möglichst gut wie es nur geht von der darstellung abzugrenzen wenn sie sich die die übungsaufgabe zu dieser woche schon mal angeschaut haben diese kleine to do liste da versuche ich das auch ganz deutlich zu betonen also unsere aufgabe sollte es immer so sein unsere anwendung mindestens in zwei ebenen zu betrachten es gibt daten und mit diesen daten passiert irgendwas wenn irgendwas mit diesen daten passiert ändert sich der zustand unserer anwendung und das user interface also das was wir hier sehen das dient eigentlich nur dazu diesen zustand der anwendung darzustellen und wir trennen deshalb diese ebenen so gut wie es nur irgendwie geht und mvc ist ja model view controller wäre das was wir so im laufe des semesters vielleicht versuchen zu erreichen wobei das glaube ich in android gar nicht mehr so dass das vorherrschende paradigma ist gibt es dann ja noch so abstufungen model view view presenter für für diese idee aber die grundsätzliche idee ist glaube ich immer noch völlig korrekt wir haben ein model in dem die daten passieren wir haben ein view der diesen zustand des models darstellt für die nutzer nutzerinnen und wir haben diese controller schicht die uns erlaubt die eingaben die die nutzer nutzerin vornehmen an das model weiter zu reichen dass man seinen zustand verändern kann und wir machen das jetzt im kleinen mal indem wir unseren lu roll calculator erzeugen das ist unsere klasse die jetzt völlig unabhängig vom user interface die aufgabe hat mit bestimmten eingabe werten zu berechnen wie lange irgendwie der der wert oder die die anzahl der klopapier rollen tatsächlich noch reicht das machen wir jetzt indem wir dieser klasse erstmal sagen was die alles so wissen muss also wir fassen jetzt wissen zusammen dass wir und so langsam wird es ein bisschen albern mit diesem klopapier rollen beispiel zu stark irgendwie auf software engineering einzugehen aber wir fassen jetzt alles zusammen was diese klasse wissen muss um ihre aufgabe eine verlässliche prognose dafür zu geben wie lange sie jetzt noch mit ihren klopapier rollen gut zurecht kommen tatsächlich benötigt und das erste was man vielleicht wissen muss ist wie viele blätter sind denn eigentlich auf so einer klopapier rolle und verzeihen sie mir es wird jetzt vielleicht so ein bisschen albern aufgrund der domäne aber versuchen sie trotzdem irgendwie so ein bisschen den den ernst zu wahren denn auch wenn wir hier über klopapier reden zumindestens oberflächlich am ende reden wir über software engineering und das könnte genauso gut eine wesentlich dramatischere aufgabe sein die wir implementieren aber damit wir irgendwie jetzt zu einer berechnung kommen müssen wir wissen wie viele letter sind denn auf so einer rolle warum muss ich das wissen also warum reicht es mir nicht zu wissen wie viele klopapier rollen ich habe irgendein vorschlag warum ich da zum beispiel ich glaube ich habe es letztes jahr mal recherchiert das ist irgendwie so der standard wenn man zum durchschnitt bildet zwischen wenig lagigen und viel lagigen klopapier warum brauche ich das für meine berechnung wird jetzt ungern sagen in der in dem zusammenhang es liegt auf der hand aber weil ich sicherlich nicht wenn ich einmal auf der toilette sitze eine ganze rolle verbrauche sondern ich verbrauche einen teil dieser rolle und deshalb muss ich wissen wie viele ich insgesamt oder wie viel ich an den einheiten an material zur verfügung habe die ich tatsächlich brauche das heißt von meinen acht klopapier rollen berechne ich dann mit diesem wert wie viele blätter ich insgesamt habe im haushalt und dann kann ich vielleicht irgendwie so eine rechnung aufstellen mit einem angedachten verbrauch pro toilettengang jetzt müssen sie ganz genau aufpassen dass sie dieses wort nicht falsch schreiben sitting also wie oft wie viel blätter brauche ich um ja mein toilettengang irgendwie erfolgreich am ende zu erledigen dann kann ich schon mal ausrechnen wie viele blätter habe ich insgesamt wie viele sind keine empirisch erhobenen werte können ja mal schauen ob es eine statistik gibt mit der wir da einen realistischeren wert haben ich weiß jetzt wie viele rollen papier ich tatsächlich habe weil ich kann sowas machen anzahl der rollen mal value ergibt irgendwie sowas wie 1500 wenn ich 10 rollen noch zu hause habe und dann kann ich mir vielleicht überlegen wie häufig gehen denn leute auf die toilette und low free ich weiß gar nicht wie ich glaube schon irgendwie so frequency per day and person überlegen sie sich irgendwas wie wie oft gehen sie irgendwie auf die toilette am tag interpretieren sie das jetzt bitte nicht zu stark das sind einfach irgendwelche werte die mir einfallen und wir überlegen uns noch und das mache ich jetzt mal ein bisschen abgesetzt dass wir vielleicht so einen buffer haben indem wir festlegen dass wenn eine mindestmenge an oder wenn eine eine bestimmte mindestmenge an noch zur verfügung stehendem toiletten papier unterschritten wird wir diesen hinweis bekommen dass wir einkaufen gehen sollen warum weil es wenig bringt wenn sie jemandem sagen du hast kein toilettenpapier mehr jetzt einkaufen sondern was wir den leuten sagen wollen ist dein toilettenpapier reicht jetzt noch theoretisch 10 tage aber du solltest vielleicht schon in einer woche dafür sorgen dass du diesen vorrat aufhörst und deshalb führen wir jetzt noch eine weitere variabel ein und das ist so ein safety buffer in days und das ist für uns wenn die menge an tage die wir den menschen vor dem berechneten enddatum unseres vorrats den hinweis geben jetzt beim einkaufen dann entsprechend auf toilettenpapier zu achten das ist unser wissen dann brauchen wir werte mit denen wir rechnen und dazu erstelle ich einmal eine variabel number of rolls das ist jetzt die konkrete anzahl der rollen mit denen dieser calculator arbeiten soll und da kann ich standardmäßig vielleicht einfach mal den den wert reinschreiben den ich auch in der konfigurations datei habe und das gleiche mache ich für number of people config.default people value also ich sage meinem roll calculator jetzt welches wissen er hat und mit welchen werten er arbeiten soll und als standard wert für diesen input in meine berechnung nämlich den standard wert den ich in der konfigurations datei ja schon zentral festgelegt habe jetzt wollen wir aber nicht immer mit den standardwerten arbeiten und deshalb geben wir unserer klasse auch noch zwei setter methoden set number of rolls dem übergeben wir einen neuen value und überschreiben damit unsere instanz variabel number of rolls ist gleich rolls vielleicht wäre es hier sinnvoll ich mache mal so ein kleines to do to do check value against config margins irgendwie sowas wir haben ja in der konfigurations datei so mindest und maximal werte eingegeben und vielleicht sollten wir die an dieser stelle auch berücksichtigen weiß ich nicht vielleicht wollen wir es auch erlauben dass man mit beliebigen werten hier rechnet aber kann ja sein dass das vielleicht was ist was wir uns später nochmal anschauen wollen genauso wollen wir auch die anzahl der person jetzt setzen können set number of people und auch hier übergeben wir einen parameter und speichern uns das in unserer instanz variabel das ist die eingabe damit sagen wir diesem low roll calculator mit was er eigentlich rechnen soll und dann folgt die ausgabe und jetzt machen wir mal zuerst den einfachen fall wir möchten herausfinden wie lange reicht denn mit den sachen die wir jetzt in diesen calculator eingeschrieben haben der vorrat noch und dazu schreiben wir uns das ist eine getter methode get supply in days wie viele tage reicht aktuell der vorrat noch und jetzt müssen wir ein bisschen berechnen also es muss kein es ist davor es ist jetzt irgendwie so wie eine philosophische frage vielleicht das ist brauchen sie ja also sie brauchen es eigentlich nur dann wenn sie explizit auf die instanz variabel verweisen müssen weil es vielleicht namensgleichheit gibt ich habe jetzt hier die parameter anders benannt von daher wird das so wunderbar funktionieren das ist vielleicht einfach eine frage wie sie das gestalten möchten also entweder immer ist es oder da nur da wo man es braucht an dieser stelle braucht man es jetzt einfach nicht kurzer java interner hinweis sehr guter hinweis private setter sind sehr blöde idee danke für den hinweis also das muss natürlich public sein ganz kurz hier noch zu dieser namensgleichheit java funktioniert so wenn sie hier eine variabel haben die namen hat geht java ausgehend von dieser stelle immer weiter nach oben und schaut ob es die erste wann es die erste variabel findet mit diesem namen und wenn sie jetzt hier eine instanz variabel hätten number of roles und der parameter genauso heißen würde dann wäre dieses notwendig damit sie zwischen der instanz variabel und diesem parameter unterscheiden können weil java sonst annimmt dass diese am nächsten gelegten variabel mit dem namen gemeint ist aber das habe ich jetzt weiß nicht ob ich es extra gemacht habe aber zumindest in diesem fall nicht gemacht und dementsprechend kann ich mir dieses sparen lassen sie uns mal ein bisschen berechnen wie kommen wir jetzt von diesen beiden werten nie von diesen beiden werten auf die tatsächliche anzahl der tage haben wir können ja erstmal schauen dass wir jetzt schritt für schritt uns ausrechnen wie viele rollen wir eigentlich haben entweder wie viele schritts wir haben total number of sheets ist number of roads mal sheets per roll dann wissen wir wie viele platte wir zur verfügung haben dann können wir vielleicht ausrechnen wie viel verbrauch pro tag in diesem haushalt existiert und das wäre dann wenn mich nicht alles tauscht die anzahl der personen multipliziert mit der anzahl der toilettengänge multipliziert mit sheets per sitting klammern können wir uns jetzt an der stelle sparen ist ja einfache multiplikation und wenn wir jetzt das verhältnis zwischen diesen beiden werten setzen können wir dann gleich als ergebnis zurücknehmen total number of sheets multipliziert durch consumption per day bekommen wir einen nicht gerundeten aber zumindest auf eine ganzzahl abgeschnittenen wer hat dafür wie lange mit den aktuellen eingegebenen werten unser vorrat tatsächlich noch auch also die ich glaube die set als dass das macht schon sinn dass die public sind also müssen natürlich nicht wir können auch uns irgendwie was anderes überlegen wie wir diese werte rein bekommen aber die waren tatsächlich dafür intendiert dass wir hier die werte reingeben lassen sie es mal ausprobieren ob das funktioniert wird jetzt einfach mal möglichst schnell gerne hier irgendwie was sehen wie lange reicht reicht mein vorrat noch und dazu nehmen wir jetzt einfach mal an dass dieser calculator funktioniert und versuchen den jetzt in unserer result activity zu verwenden zu instanzieren mit den übergebenen werten zu füttern und dann entsprechend hier auch den text anzuzeigen ganz kurz frage an den chat diese berechnung die ich jetzt hier schnell mal runter geschrieben habe die macht sinn oder also können sie nachvollziehen wie ich jetzt mal völlig egal davon ob das irgendwie richtige werte oder so sind wie ich da jetzt drauf komme dass das verhältnis von diesen beiden werten mir anzeigt wie lange unter diesen idealvorstellungen mein vorrat noch reicht oder ist nachvollziehbar gerne einfach mal ja nein in den chat reinschreiben okay dann nächster schritt result activity da würden wir jetzt mit diesen beiden eingabe werten in dem den lu roll kalkulator füttern und dann würden wir das ergebnis ist dann erst mal eine zahl hier gerne anzeigen damit hier was angezeigt wird müssen wir in unserer result activity haben erstmal das layout ein bisschen anpassen und deshalb öffne ich diese xml datei die android studio automatisch für uns erstellt hat und jetzt schreiben wir einfach mal ein bisschen was rein können ja mal das ganze so machen damit wir auch sehen wie es am ende ausschaut wir können auch in diesem preview kleiner hinweis das gerät wechseln und wenn wir da das pixel 3a auswählen dann wird hier für die dimensionen das gleiche gerät verwendet was auch in unserem emulator grundlage ist also das nur so als kleiner hinweis sie können hier in dieser ansicht das system ui einstellen und sie können auch auswählen was für ein gerät sie für dieses preview von ihrem layout verwenden möchten was ich jetzt machen möchte ist ich möchte vielleicht so ein dreiteiliges layout haben ich möchte hier oben vielleicht einen text anzeigen dein vorrat reicht noch und dann eine große zahl für so und so viele tage und dann können wir uns überlegen wie wir den den nächsten schritt einfügen nämlich diese empfehlung weil man einkaufen gehen soll machen wir erstmal das einfachste machen wir ein kleines textview macht es ein bisschen größer wieder dass sie es lesen können das soll genauso bereit sein wie das eltern element soll so groß sein dass der inhalt reinpasst wir haben den constraint layout sie erinnern sich das heißt wir müssen dieses element dieses textview irgendwie in diesem umschließenden constraint layout verorten und dazu können wir zum beispiel sagen dass wir das so einsortieren möchten dass ähm constraint top top to top of ist das was wir suchen und parent ähm wäre der anker also wir sagen die obere kante von unserem textview soll oben an dem äh an der oberen kante des eltern elements also dieses umschließenden layouts positioniert werden dann damit wir das nicht vergessen machen wir vielleicht so ein kleines bisschen außenabstand noch dazu das habe ich ja schon ein paar mal erwähnt wenn wir jetzt gerade mit text arbeiten ist es keine so gute idee ähm dass der ganz am rand angezeigt wird weil das einfach nicht so schön ausschaut dann schreiben wir dann text rein und ähm da möchte ich jetzt einfach so einem blanko präfix für unsere ausgabe reinschreiben irgendwas in der richtung ähm dein vorrat reicht noch für dann kommt der generischen kommt der nicht generische teil nämlich der dynamische teil die ausgabe von dem plural calculator und dazu erstelle ich mir ähm ähm einen neuen string in meiner xml-datei ich kann jetzt hier einfach ähm auf den string verweisen auch wenn er noch nicht existiert ähm result text header und wenn android studio merkt dass dieser string den ich hier gerne reinschreiben möchte in der xml-datei in meiner strings xml-datei noch nicht existiert wird das als fehler angezeigt ich habe aber die möglichkeit über das context menu desgleich hier an dieser stelle ähm auch zu ergänzen und dann kann ich reinschreiben dein vorrat ähm basierend auf deinen angaben irgendwie sowas also überlegen sie sich irgendwas was ihr da reinschreiben möchten dein vorrat reicht noch für design wir es ein bisschen schön indem wir ähm das ganze vielleicht zentrieren und ein bisschen größer machen und darunter dann gleich das nächste text reinfügen das können wir kopieren einfach ähm dem geben wir eine id und das ist jetzt das textfeld in dem wir unseren unser ergebnis anzeigen möchten das heißt das nennen wir ähm result nennen wir ähm number of days irgendwie sowas das ist auch nicht gerade fällt mir keine keine so gute id ein aber da soll später drinstehen ganz groß die zahl wie lange unser vorrat noch reicht das müssen wir jetzt auch irgendwo in unserem layout verankern und deshalb gebe ich diesem textview auch wieder eine id nicht weil ich die ähm das in meiner activity später referenzieren muss sondern einfach auf den grund weil ich es jetzt in dem layout als ähm untere kante für äh das zweite text du gerne verwenden würde so kommen wir da jetzt äh auch nicht drumrum dem ganzen einen namen zu geben ähm result header vielleicht einfach weiß nicht ob Ihnen was besseres einfällt und dann können wir hier sagen ähm dass wir das ganze also das zweite textview mit dem top mit der oberen kante an der unteren kante von result header Entschuldigung nicht number of result header ausrichten wollen der text hier der kommt raus da fügen wir dynamisch was ein ich lasse den jetzt nur noch mal ganz kurz drin damit wir ähm eine vorlage haben ich schreibe mal eine zahl rein soll ja später auch eine zahl rein ähm um jetzt kurz zu designen wie das ganze ausschauen soll und diese zahl die soll ganz ganz groß sein ähm weiß nicht wie groß 72 oder so weil das ist irgendwie die hauptausgabe von unserem programm haben und wir können die vielleicht sogar in einer anderen farbe machen wenn wir wollen weiß nicht was da so sonst eingestellt ist oder was wir sonst zur verfügung haben für farben ähm das ist keine so gute farbe schauen sie mal ob sie irgendwas finden so das ist doch schön große lila eine zahl für das ergebnis und damit man interpretieren kann was das hier für einen wert ist machen wir jetzt noch ein letztes text view rein das nennen wir result description da steht result text days label drin und da steht einfach nur tage drin das packen wir ähm mit seiner oberen kante ähm die untere kante von unserem zweiten text view und dann ist das so ein kleines label für äh die anzahl der tage aber vielleicht ein bisschen kleiner ähm um das ganze abzutrennen und dann haben wir so ein rudimentäres user interface mit dem wir jetzt das ergebnis von unserer berechnung anzeigen können haben sie das ähm auch so ungefähr nachbauen können einfach mal ja nein äh reinschreiben weil dann würden wir nämlich jetzt noch versuchen ähm hier das richtige ergebnis im äh in der activity anzuzeigen also sie können tatsächlich auch einfach nur irgendein text die reinpacken ähm in dieses layout und da dann das ergebnis reinpacken ich habe jetzt ein bisschen mühe in anführungsstrichen gegeben dass das halbwegs schön ausschaut aber das ist nicht so wirklich notwendig also eigentlich reicht es wenn sie dieses text view hier haben wo groß die zahl angezeigt wird und äh das kann ich hier auch mal in der zeit wo sie vielleicht noch was machen rauslöschen ähm brauchen wir erstmal nicht das wird ja dann dynamisch eingefügt und wenn sie das haben ähm dann reicht das völlig okay ähm ich würde jetzt mal in der result activity einfach kurz weitermachen und ich beginne damit dass ich auch hier wieder so eine kleine initialisierungsmethode für das ui hab ich erstelle mir eine init ui methode in der hole ich mir in den oder setze ich das layout und ich referenziere eine instanz variabel private text view ähm result view for days keine so gute name oder ähm ich möchte damit ähm dieses element hier beschreiben lassen wir das mal so weil mir fällt tatsächlich gerade nichts besseres ein ich würde ihnen aber vorschlagen dass sie noch mal in sich gehen und vielleicht fällt ihnen tatsächlich days remaining ich würde gerne äh das würde ich tatsächlich ungerne machen weil remaining days ähm drückt für mich jetzt persönlich äh die anzahl der tage aus nicht das view element in denen das äh angezeigt wird also deshalb struggle ich da jetzt kurz weil mir heute ganz ganz vieles irgendwie äh nicht so gut einfällt aber was mir einfällt ist dass wenn ich jetzt hier sowas hätte remaining days ich wenn ich diesen code lesen würde er davon ausgehen würde dass hier irgendwie ein numerischer wert drin ist remaining days view oder vielleicht so output wie wäre es damit also text view würde ich deshalb ungern reinschreiben weil ich mir dann irgendwann vielleicht aus Versehen angewöhne hinter jede variabel noch deren datentyp zu schreiben und das macht man ja eigentlich nicht aber vielleicht können wir hier damit leben müssen wir jetzt weil ich einfach weiter mache ähm ich referenziere darin ähm mein element und zwar jetzt muss ich selber noch mal schauen number of remaining days ist glaube ich das so haben wir es genannt genau das ist die id die wir brauchen und damit ist die initialisierung meines user interfaces erst mal abgeschlossen dann schreibe ich mir eine methode private void update ui oder show results in ui und diese methode kommt eine bekommt eine zahl übergeben in remaining days und die macht erstmal nichts anderes als sich diesen text view zu nehmen und dort die anzahl der tage die wir übergeben als wert zu übergeben und wir denken daran dass wir zur sicherheit das in eine ein string umwandeln warum mache ich das erinnern sie sich noch warum ich nicht sowas machen kann der ist der text warum kann ich da nicht einfach die ähm den parameter als integer wert übergeben wenn ich in diesem textfeld ähm diese zahl anzeigen möchte die lösung ist in dem kontextmenü schon zu sehen wenn ich der textmethode sonst char ja geht in die richtige richtung ich glaube das hier wäre das problem die würde als ressourcen id interpretiert werden also in android werden ja diese ganzen ressourcen die wir in die strings dateien zum beispiel reinschreiben als integer werte intern referenziert und dann würde ähm android erstmal schauen ob es irgendeine ressource gibt die zufällig mit diesem integer wert bezeichnet ist und das würde dann dazu führen dass da wahrscheinlich nicht das angezeigt werden würde was wir gerne hätten und wir wollen ja diesen wert hier als string anzeigen deshalb wandeln wir den um in einen entsprechenden string und zeigen den dann an okay jetzt ähm holen wir uns vielleicht eine extra methode ähm den tatsächlichen wert den wir anzeigen wollen ähm calculate remaining days und dem übergeben wir wollen wir dem was übergeben müssen sie ja nicht übertreiben machen das jetzt mal so dass wir an dieser stelle auf das bundle zugreifen auf das bundle zugreifen wenn wir die beiden werte haben ähm entschuldigung wenn wir die beiden input werte aus dem bundle ausgelesen haben ähm erzeugen wir uns jetzt endlich unseren rule rule calculator den wir gerade ähm so ausgiebig implementiert haben überschreiben überschreiben die default werte mit den werten die wir aus dem extras äh ausgelesen haben number of roles und set number of people number of people und dann geben wir zurück was uns der calculator auf der basis von diesen eingaben an anzahl der verbleibenden tagen zurück gibt also wir lagern den kompletten berechnungsschritt und dazu hilfenahme von diesem rule rule calculator in diese methode aus und dann bleibt uns noch zu tun bei dem aufruf unserer activity die die das user interface zu initialisieren die anzahl oder das ergebnis der berechnung kurz zwischen zu speichern remaining days ist gleich calculate remaining days und dann im anschluss unsere methode aufzurufen die das ganze im user interface tatsächlich einträgt und dann hoffentlich wenn wir die app jetzt neu starten tatsächlich das ergebnis von unserer berechnung im user interface sehen sollen jetzt daumen drücken ob das funktioniert und hier steht jetzt eine 10 deshalb vermute ich mal dass zumindestens der weg dahin funktioniert hat ich weiß nicht ob die berechnung stimmt aber wir sehen jetzt unser vorrat für die anzahl der personen im haushalt reicht noch 10 tage wenn wir das jetzt hier irgendwie ändern würden dann sehen sie dass das offensichtlich sich verändert wenn wir ganz ganz viele rollen haben und ganz ganz wenig leute ups was ist jetzt los kleiner bug schauen wir mal ich hoffe mal das liegt am emulator genau wenn wir ganz ganz viele rollen haben und ganz wenig leute wird die zahl größer und weiß nicht was der emulator hier für ein problem hat in dem fall würde die zahl sehr klein werden also scheint zu funktionieren zumindestens geht es in die richtige richtung was die berechnung angeht jetzt bleibt uns noch ein bisschen was zu tun weil wir nämlich eigentlich ja noch so eine empfehlung geben wollen würden wann man wieder einkaufen sollte und ich würde vorschlagen dass vielleicht alle Leute die jetzt in eine andere Sitzung oder irgendwo anders hin müssen gerne einfach gehen können und ich würde vielleicht noch 10 Minuten oder so aufzeichnen gemeinsam mit ihnen wenn sie da bleiben wollen und diesen letzten Schritt diese textuelle Information noch implementieren für die Leute die jetzt schon gehen müssen danke für ihre Aufmerksamkeit auch danke dass sie hier nochmal sich ein zweites mal mit dieser App gemeinsam mit mir beschäftigt haben und wenn sie jetzt weg müssen wir sehen uns dann nächste Woche in der Übung natürlich und ansonsten auch nächste Woche gleich zweimal in unserem Stream hier aber wie gesagt ich würde jetzt noch ganz kurz ein bisschen was mit ihnen machen wollen weil ich gerne noch diese Empfehlung ergänzen möchte wann wir denn jetzt tatsächlich einkaufen gehen wollen und dazu wechseln wir nochmal in unseren Lurall Calculator und wir geben dem eine zweite Methode die Ergebnisse zurückgibt und die soll ein String zurückgeben und dieser Lurall Calculator soll jetzt diese Empfehlung wann wollen wir einkaufen oder wann sollen wir einkaufen gehen denn oder diese Empfehlung soll in Textform aus diesem Calculator rausgegeben werden das heißt der Calculator schaut sich an wie lange reicht der Vorrat was wäre das für ein Datum wann ich einkaufen gehen soll und was ist dieser Puffer wie viele Tage vorher schicken wir die Leute jetzt in den Supermarkt um Klopapier zu holen daraus bauen wir einen Text zusammen der hier an dieser Stelle zurückgegeben wird das heißt wir schreiben eine neue Methode get recommendation for next shopping trip wie gesagt kritisieren sie gerne meine Methoden und Bezeichner haben ich mache hier gerade so viele Sachen gleichzeitig ich rede mit ihnen programmiere und überlege mir noch was ich ihnen zusätzlich erzählen kann da werden dann manchmal oder wird die Codequalität manchmal ein bisschen leiden no pun intended und dann sagen sie mir einfach wenn sie bessere Vorschläge haben was müssen wir jetzt machen wir müssen berechnen wann wir das nächste Mal einkaufen gehen sollen und das heißt wir brauchen jetzt eine Anzahl an Tagen wir müssen wissen von diesem Tag aus gesehen gibt es noch sieben oder acht Tage in denen wir nichts tun müssen und dann müssen wir einkaufen gehen und diesen ersten Schritt wenn es wirklich nur um die Anzahl der Tage geht die können wir relativ leicht berechnen also ich mache mal eine Integer Variable days until next shopping trip und das ist eigentlich eine relativ einfache Berechnung wir haben ja hier schon die Anzahl der Tage wie lange reicht unser Vorrat noch get supplies in days und wir ziehen davon diesen safety buffer in days ab wenn wir wissen unser Vorrat reicht noch sieben Tage und drei Tage bevor der Vorrat aufgebraucht ist wollen wir eine Meldung machen dann ziehen wir das beides voneinander ab jetzt können zwei Fälle eintreten entweder haben wir einen positiven Wert oder null also null null ist wahrscheinlich auch ein positiver Wert oder wir haben einen negativen Wert weil der Vorrat nicht mehr so lange reicht dass dieser safety buffer das sind jetzt bei uns drei Tage vollständig ausgereizt werden kann das machen wir bevor wir jetzt in die Datumsberechnung gehen einen kleinen Fehlerkontrolle wir schauen uns nämlich an was steckt in diesem Wert drin und wenn der kleiner als null ist also wenn der nicht mehr ausreichen würde wenn der negativ wäre wenn wir eigentlich schon gestern hätten einkaufen gehen müssen dann schreiben wir da null rein weil alles andere macht wenig Sinn das dringendste was wir den Leuten empfehlen sollten ich weiß nicht warum meine Autoformatierung nicht funktioniert so das dringendste was wir den Leuten empfehlen sollten ist dass sie heute einkaufen gehen ihnen zu sagen dass sie hätten gestern einkaufen gehen bringt nichts das heißt wenn hier ein positiver Wert rauskommt ist es in Ordnung geh bitte in drei Tagen einkaufen wenn da stehen würde minus eins weil du eigentlich hättest schon gestern einkaufen gehen können empfehlen wir das heute eingekauft werden soll und damit die Leute wissen wann sie wirklich einkaufen gehen sollen würde ich jetzt gerne eine tatsächliche ein tatsächliches Datumsformat ausgeben also ich möchte sagen geh nicht in einem Tag einkaufen sondern geh bitte am weiß ich nicht zehnten Mai einkaufen das ist das was ich den Leuten jetzt mitteilen möchte und dazu gibt es in Java relativ viele kleine Utils Klassen die ihnen helfen mit sowas umzugehen und nicht nur zu berechnen wann jetzt dieses Datum ist also heute plus x sondern das auch in einem schönen Format auszugeben dazu erstelle ich mir zuerst einen Date Time Formatter und das ist die Klasse mit der ich später das Ergebnis das Datum auf eine ganz bestimmte Art und Weise formatieren werde also ich berechne gleich ein Datum das ist erstmal eine Java eine Java Klasse oder eine Instanz einer Java Klasse die einen Zeitpunkt die einen Punkt innerhalb der Zeit symbolisiert also mit Uhrzeit und mit dem entsprechenden Datum und das möchte ich dann aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise im Ausgabetext darstellen und dazu erstelle ich mir so ein Muster das kennen bestimmt viele von ihnen weil sie das an einer anderen Stelle schon mal benutzt haben das sind diese Kürzel d m h und so weiter mit denen sie generisch oder abstrakt ein Datums- oder Zeitformat angeben können kennen sie sowas schon aus anderen Bereichen oder vielleicht haben sie sogar schon mal in Java verwendet das ist tatsächlich so eine ISO Norm die dahinter steckt dd steht jetzt in diesem Fall dafür dass die Anzahl oder die Nummer der Tage innerhalb des Monats also maximal irgendwas von 1 bis 31 in zwei Ziffern angegeben werden muss oder angegeben werden soll im Ausgabeformat und dann packen sie irgendein Datum also irgendeine Instanz der Java Date Klasse in diesen Formatter rein und der gibt ihnen dann dieses Datum aus als zum Beispiel der 07. und dann MMM Mai wissen sie wofür dieses MMMM steht ich habe es jetzt gerade schon verraten das ist ein Platzhalter für den Monat da könnte man auch sowas hinschreiben großes M das wäre der Monat als Zahl innerhalb des Kalenders also 1 oder in unserem Fall 5 für den Mai das wäre wenn ich es richtig in Erinnerung habe die Zahl in welchem Monat wir uns gerade befinden mit einer führenden 0 also so wie bei diesem DDD und dieses MMMM gibt das Ganze als tatsächliches Wort aus in Abhängigkeit davon in welcher Sprache ihr System gerade eingestellt ist dann bei uns zum Beispiel im Mai für den aktuellen Monat das ist jetzt aber erstmal nur das Format und was wir jetzt machen ist jetzt berechnen wir das Datum das wir mit diesem Formatter dann zurückgeben möchten und dazu erstelle ich ein neues Datum Local Date ist eine besondere Form von der Date Klasse in Java glaube ich ich glaube das ist nicht Android spezifisch das gibt es in Java mittlerweile auch ich schaue mal ganz kurz rein ob das nicht irgendwie das ist ein Fehler ist den ich Ihnen sage genau das ist in in Java in der Klassenbibliothek eingebaut und das symbolisiert nicht nur irgendein Datum sondern das symbolisiert irgendein Datum in Relation zu der aktuellen Zeitzone in der dieses Programm ausgeführt wird während ich da jetzt ein bisschen was reintippe sagen Sie mir mal ganz kurz warum es wichtig ist wenn man mit Daten umgeht dieses diesen Ort an dem ich mich gerade befinde und an dem mein Programm ausgeführt wird zu berücksichtigen das ist relativ simpel vielleicht ist es auch banal das jetzt irgendwie zu fragen aber und wenn Sie es nicht in Chat jetzt reinschreiben sage ich es einfach mal schnell wenn Sie mit irgendwie mit Daten umgehen es gibt zwei Dinge die beim Programmieren wenn Sie Anwendungssoftware programmieren also irgendwas was Leute für irgendwie ganz konkrete Probleme benutzen und nicht irgendwelche mathematischen Algorithmen oder so schreiben was super viele Probleme verursacht oder wenn ich die drei Dinge aufzählen würde die mich beim Programmieren am meisten irgendwie Frust kosten sind das reguläre Ausdrücke die sind ganz oben dann alles was mit Zeit zu tun hat und alles was mit Währung zu tun hat da kommt man vielleicht nicht drauf aber wenn Sie mal irgendwie richtige Programme programmieren müssen dann sind es Zeit und Währung sind zwei Dinge die immer zu irgendwelchen Problemen führen weil das Dinge sind die wesentlich komplexer sind als man auf den ersten Blick hat Sie müssen wenn Sie über Zeiten nachdenken immer davon dabei im Hinterkopf behalten dass Menschen in einer bestimmten Zeitzone wohnen und wenn Sie irgendwelche allgemeinen Zeitangaben machen das würde dann für eine Zeit angezeigt werden wenn man kein Local Date reinschreibt wenn Sie ein Date erzeugen also es gibt ja dieses Date Objekt in Java dann können Sie darauf hoffen dass dieses Locale also der Ort irgendwo in der ja das ist nochmal was anderes UTC, UNIX Time und sowas das sind jetzt alles Begriffe die glaube ich noch weiter untermauern dass es einfach super kompliziert ist und es ist extrem wichtig dass wenn Sie Menschen irgendwelche Zeitangaben in Ihrem Programm zeigen Sie das so machen dass die Leute das richtig interpretieren und wenn ich Ihnen zum Beispiel eine Uhrzeit angebe und die ist nicht in der Zeitzone formatiert in der Sie sich gerade befinden dann kann es sein dass wenn Sie irgendein Programm in den USA ausführen und das ist aber intern so implementiert dass wir davon ausgehen dass Sie in Deutschland sich gerade befinden irgendwelche Uhrzeiten in der Zukunft angezeigt werden als Zeitzone nach Westen sicher erst langsam ausdehnt und genauso dann in die andere Richtung wenn Sie das irgendwie in China oder in Japan ausführen würden würden Sie vielleicht Dinge in der Vergangenheit sehen also Zeiten sind extrem kompliziert und deshalb versuchen wir es immer halbwegs gut zu machen wir haben diesen Unix-Timestamp das ist so eine generische Sache aber auch der muss dann immer in Relation zu der Zeitzone gesehen werden und dieses Date-Objekt nochmal das ist dieses das ist glaube ich in Java-Util-Date drin wenn mich nicht alles täuscht aber das kann ich Ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen habe ich auch schon wieder vergessen wenn Sie so ein neues Date-Objekt erzeugen dann schaut Java immer ob in Ihrem System irgendwo eine Information steckt in welcher Zeitzone Sie sind also ob dieses local gesetzt ist und benutzt das dann aber nochmal kann auch sein dass ich mich jetzt ganz doll darin täusche und das ganz anders ist ich weiß nur local date hilft einem schon mal in die richtige Richtung zu gehen ähm und ähm sollte in der Regel benutzt werden Währung ganz kurz um das auszuführen ist das zweite Ding was super problematisch ist weil der erste die erste Idee wenn Sie irgendwie einen Geldbetrag ähm eingeben möchten oder verwalten möchten in Ihrer Software Sie vielleicht auf die Idee kommen irgendwie sowas wie Float oder ähm Double zu verwenden und äh das keine so gute Idee ist also Währung äh als Fließkommazahl abzubilden äh ist keine tolle Idee weil äh sie dann beim Runden irgendwelche Probleme bekommen beim Umrechnen Probleme bekommen und deshalb verwendet man da in der Regel äh spezielle Klassen die dann äh zum Beispiel irgendwie sowas wie einen Eurobetrag abbilden als Ganzzahl die dann entsprechend ähm bei Bedarf so formatiert wird dass auch die Dezimalstellen ähm angezeigt werden also reguläre Ausdrücke Daten und ähm Währung ganz böse äh und sollten immer mit äh Vorsicht behandelt werden was wir jetzt aber machen ist wir rechnen jetzt mit äh Daten und versuchen das irgendwie so gut wie möglich zu machen und was ich jetzt mache ist ich mach das mal ein bisschen abgesetzt damit Sie nachvollziehen können wie diese Berechnung jetzt stattfindet ich erzeuge mir ein neues Datum das den aktuellen Zeitpunkt an dem Ort an dem ich mich gerade befinde abbildet und dann kann ich muss ich kurz überlegen Kann ich da mit dem Plus Days eine Anzahl an Tagen hinzuzählen und da zähle ich jetzt die Tage hinzu die ich hier oben ausgerechnet habe ich nehme einen neuen aktuellen Zeitpunkt an dem ich mich befinde und ich zähle da eine bestimmte Anzahl an Tagen hinzu und dann sollte ich das Datum zurückbekommen was ähm mir jetzt schau ich mal ganz kurz was mir anzeigt wann ich das nächste Mal einkaufen gehen sollte also ich nehme meinen aktuellen Zeitpunkt und ich zähle da eine bestimmte Anzahl an Tagen hinzu das ist alles wunderbar in diesen Klassen implementiert da müssen wir uns nicht drum kümmern und kriegen dann hoffentlich ähm ein Ergebnis zurück nämlich ein neues Datum was für unsere Nutzer und Nutzerinnen der Zeitpunkt ist an dem sie einkaufen gehen sollen und jetzt kann ich muss ich kurz überlegen ob das wirklich hundertprozentig stimmt aber ich glaube schon kann ich ähm dieses Datum Shopping Date formatieren mit einem mit einer vorher festgelegten Formatierungsmuster und das ist ein String den ich aus meiner Methode wenn ich möchte zurückgeben kann also ganz kurz nochmal zur Einordnung ich sage am Anfang wie soll am Ende mein Ergebnis ausschauen nämlich sowas wie 7. oder 8. Mai dann berechne ich das Datum an dem eingekauft werden soll indem ich vom aktuellen Zeitpunkt die Anzahl der Tage wie lange ich noch mit meinem Vorrat ohne Probleme zurecht kommen sollte hinzu zähle dieses Plus Days ist eine Methode die uns dieses Local Date ähm mitgibt und das wiederum dieses Ergebnis was dann irgendwie ein Date Object ist mit Eigenschaften die uns gar nicht interessieren formatieren wir als String nach diesem Muster das wir vorher angelegt haben und jetzt mache ich es mir mal ganz kurz einfach ich schreibe da jetzt einfach ein bisschen was vor du solltest du solltest das ist jetzt ganz ganz schlechter Code das sollte man eigentlich irgendwo anders hin packen aber wir wollen vielleicht noch fertig werden du solltest am wieder einkaufen gehen oder wieder Klopapier kaufen also wir berechnen das Datum an dem eingekauft werden soll wir machen da so ein Präfix und ein Suffix hin das können sie vielleicht das bin ich mir ganz sicher dass sie das schöner machen können als ich jetzt nicht mit so einer String verkettung mittendrin dann vielleicht schreiben sie sich da eine Formatierungsmethode aber unsere Methode gibt jetzt eine Empfehlung aus wann wieder eingekauft werden soll und jetzt füge ich noch zum letzten Punkt in meinem User Interface ein neues Text View hinzu Recommendation das füge ich unter diesem Printf ja genau das könnte man auch verwenden mit dem sie dann diese Sachen aussetzen können da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten wie sie diesen Scring schöner als wie ich das gerade gemacht habe zusammenbauen können legen sie sich irgendwo ein Template String an ersetzen sie dann irgendwie die einzelnen Bereiche dynamisch alles gut möglich ich möchte jetzt aber hier noch zum Schluss diese kleine Empfehlung ausgeben dazu würde ich vielleicht noch damit man es gleich unterscheiden kann die Farbe ändern was haben wir da oben benutzt Primary wieso finde ich die jetzt nicht egal nehmen wir mal die einfach sollte dann auch reichen machen wir vielleicht noch ein bisschen größer weil das ja eine wichtige Information ist und vielleicht noch mit ein bisschen mehr Abstand so und jetzt nehme ich mir dieses Textfeld hier das ich jetzt hier neu hinzugefügt habe das referenziere ich in meiner Result Activity auch nochmal erst erstelle ich eine Instanz Variable kann man sich jetzt auch darüber streiten ob wir das wirklich brauchen oder ob wir das nicht einfach an der Stelle referenzieren sollten im Code wo wir dann den Text auch einschreiben ich mache es jetzt mal so Schritt für Schritt das referenziere ich in meiner InitUI Methode ähm Result Result Recommendation ist die richtige ID und jetzt ergänze ich meine Show Results in UI Methode um einen weiteren Parameter String Recommendation Sorgt dafür dass dieser String äh Recommendation nein Recommendation Output dass dieser String als Text übergeben wird und in meinem TextView angezeigt wird da muss ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen wie das interpretiert wird das ist einfach ein Text der wird hier auch dann als Text angezeigt und und hier ähm in dieser Methode kann ich jetzt die Recommendation noch ergänzen ich jetzt habe ich mir glaube ich selber irgendwie so ein kleines Bein gestellt ähm weil ich jetzt den RootCalculator an zwei verschiedenen Stellen brauche machen wir eine äh aus der Not eine Tugend ich setze diese ähm ich nenne diese Methode um ich nenne die jetzt update äh UI und würde der keine Rückgabe mehr geben und lasse an dieser Stelle den Calculator mir zuerst remaining days ähm Calculator get supply and days berechnen und ich lasse ihnen auch diese recommendation zurückgeben Calculator get recommendation for next shopping trip und anstatt dass ich das ganze dann hier über Umwege mache rufe ich diese Methode hier auf update UI und und lasse die direkt die Methode aufrufen die die Ergebnisse dann im User Interface anzeigt und das sind dann einmal remaining days und recommendation jetzt hoffen wir mal dass das mit dieser ad hoc äh refactoring ähm angelegenheit ganz gut hingehauen hat also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen wir haben einen zusätzlichen textview eingefügt wir haben in unserer show results in UI Methode ein Parameter eingefügt mit dem wir dessen Text anfassen können wir haben diese update UI Methode jetzt so umgeschrieben dass die nichts mehr zurückliefert sondern selber auch äh dann das update im UI komplett durchführt wir haben unseren LuRoll Calculator der wird mit den Eingaben gefüttert wir berechnen die Anzahl der Tage die recommendation diesen String damit das ganze jetzt auch ausführen hoffen wir mal das am Ende du solltest am 16. Mai wieder Klopapier einkaufen gehen und wenn wir das jetzt ausrechnen 10 Tage reicht der Vorrat noch äh 10 Tage minus 3 sind 7 ähm 7 sind 15 ich glaube da irgendwo ist noch ein kleiner Bug drin weil ich jetzt eigentlich davon ausgehen würde dass hier der 14. Mai stehen würde aber ich bin damit erstmal zufrieden ähm dass zumindest ein richtiges Datum angezeigt wird schön formatiert und wir einen Abschluss für unser kleines Mini Projekt hier haben jetzt danke ich ihnen aber für die Aufmerksamkeit und äh ich würde sagen das war's erstmal für heute äh schön dass sie alle so mitgemacht haben danke für die vielen Kommentare im äh Chat und wenn sie Lust haben sehen wir uns dann nächste Woche wieder sowohl am Freitag mit ähm dann wieder neuen Inhalten oder am Dienstag mit einer kleinen praktischen Demonstration von den Sachen die sie sich seit gestern im Ilias Kurs in der Theorie anschauen können. Vielen Dank und haben sie bis dahin eine schöne Zeit und äh äh schauen sie mal ob ihr Klopapier Vorrat noch reicht können sie ja jetzt ausrechnen mit dieser wunderbaren App. Also bis dann und äh wenn es noch irgendwelche Fragen gibt einfach in den Discord rein posten. Ciao!